Wir sehen die Gruppe etwas später und hören die Ergebnisse des Experiments. Ja, vor der Mappur habe ich oft gemeint, meine Haut ist nicht so gut wie die andere. Ich dachte, die Leute gucken mich an und sagen, oh, die tut mir so leid wegen ihrer schlechten Haut. Und ich meinte oft, wenn es nur etwas gäbe, das ich dagegen tun könnte, wäre ich bereit, fast alles zu tun. Ich bin so glücklich, dass ich Dermapur habe. Ich bin so dankbar, dass Christine Verme dieses Dermapur-Produkt entwickelt hat. Denn es hat nicht nur mein Leben verändert. Ich bin jetzt verlobt, vielleicht wäre das nicht passiert. Und ich bin so dankbar, denn ich bin auf der Hochschule. Ich habe eine ganz neue Lebenssicht, weil ich glaube, ich kann jetzt alles tun. Alles ist jetzt für mich möglich, denn ich habe gute Haut. Schön, jetzt kommt das Genie hinter Dermapur. Eines Tages beschloss ich, ich muss was probieren. Und ich hatte eine Anzeige über ein Produkt gesehen zum Probieren. Ich hatte es ignoriert und dachte, nein, ich habe schon alles probiert. Nichts hat mir geholfen. Ich beschleusse dann, ich will es ein letztes Mal versuchen. Ich probiere es mal. Also habe ich die Anzeige gesucht und habe angerufen. Und ich muss Ihnen echt sagen, wenn Sie glauben, nichts kann Ihnen helfen, das wird Ihnen helfen. Es wirkt, ich lebe jetzt. Ich kann mit meinen Kindern ausgehen. Ich habe keine Angst, irgendwas zu unternehmen. Ich spreche mit Leuten. Man schaut Ihnen nicht gerne ins Gesicht. Dermapur hat, es hat mich verändert. Ich sehe die Leute jetzt an. Ich habe keine Angst, mit jemandem zu sprechen. Ich gehe mit den Kindern in den Park. Ich kann jetzt in Geschäfte gehen. Früher ging ich ganz anders zum Einkaufen in der Nacht, damit mich niemand sieht. Jetzt gehe ich morgens einkaufen und ohne Angst. Und ich sage den Leuten, es macht nichts, wenn sie mir erklären, Oh, es wirkt bei mir nicht. Denn ich weiß, es wirkt. Ich dachte, es wird nicht wirken. Doch es wirkt. Und ich sage Ihnen, rufen Sie an, denn Dermapur ist gut. Und wenn Sie es nicht probieren, wird Ihnen gar nichts helfen. Doch das wirkt. Rufen Sie an. Und hier ist das ein Bremas? Wگin an, Dermapur infällchen. Und hoffentlich in Ordnung. Und wo!